Ich werde immer wieder gefragt, was kann ich sonst noch tun, abgesehen von Social Distancing, Handhygiene und so weiter, um mich vor Covid-19 zu schützen. Und da gibt es schon Dinge, die man tun kann. Aber um das zu verstehen, muss man sich ganz kurz mit der Biologie des Virus beschäftigen. Das ist die menschliche Zelle, also noch nicht das Virus. Das kommt gleich. Hier der Nukleus oder Zellkern und hier das Zytoplasma. Im Zellkern befindet sich die DNA, unsere Erbinformation. In einem Prozess, der sich Transkription nennt, wird die doppelsträngige DNA in einen Einzelstrang von RNA umgeschrieben oder kopiert, wenn man so will. Die RNA verlässt den Zellkern in Richtung Zytoplasma. Dort findet eine Modifikation statt. Es wird ein sogenanntes Poly-A-Tail und 5' Cap hinzugefügt. Das ist wiederum das Signal an die Ribosomen, dass es an der Zeit ist, ein Protein aus dieser RNA zu erzeugen. Also wandert das Ribosom vom sogenannten 5' End zum 3' End. Dieser Prozess heißt Translation und dabei entsteht ein Protein. Ein großer Teil unseres Körpers besteht aus Proteinen und sie werden allesamt so hergestellt. Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn unsere Zellen mit SARS-CoV-2 infiziert werden. Das Virus ist genau wie unsere Zellen auch von einer Lipid-Doppelschicht umgeben. Zusätzlich hat es diverse Proteine vor allem in seiner Hülle, die man hier bunt dargestellt sieht. Das wahrscheinlich bekannteste und wichtigste Protein ist dieses türkise S-Protein. Es ist deshalb so wichtig, weil es an den ACE2-Rezeptor andocken kann, den man in der Lunge, Niere, aber auch im Gastrointestinaltrakt finden kann. Hier im Inneren des Virus sieht man dessen Erbinformation oder RNA. Das ist diese rote Girlande hier. SARS-CoV-2 wird deshalb auch zu den RNA-Viren gezählt. SARS-CoV-2 bzw. das S-Protein dockt also am ACE2-Rezeptor an. Die Lipid-Doppelschichten verschmelzen und das Virus entlässt seine RNA, seine Erbinformation, in das Zytoplasma des Wirts. So nennt man die infizierte Person. Das 5' Cap und Poly-A-Tail, der Virus-RNA, signalisieren den Ribosomen des Wirts, dass die RNA translatiert, also umgeschrieben werden soll in ein Protein. Also kommen die Ribosomen und erzeugen ein Protein, das sich RNA-abhängige RNA-Polymerase nennt, auf Englisch RNA-Dependent RNA-Polymerase oder RDRP. Das ist wahrscheinlich das Schlüsselenzym für dieses Virus. Die Virus-RNA hat genauso wie unsere eigene RNA auch ein 3' End und ein 5' End. Die RDRP setzt sich jetzt an das 3' Ende der Virus-RNA und erstellt eine negative RNA-Kopie, die dann so aussieht. Dann setzt sich die RDRP ans 3' Ende der Negativ-Kopie und macht eine exakte Kopie der ursprünglichen viralen RNA. Und was wirklich sehr, sehr spannend ist, ist die Tatsache, dass die RDRP manchmal vorzeitig mit diesem Kopiervorgang aufhört. Manchmal hier, dann entsteht so ein RNA-Stück. Manchmal hier, dann entsteht so ein Stück. Diese kürzeren RNAs nennt man Subgenomic RNAs. Diese werden dann wiederum auch von den Ribosomen des Wirts translatiert, also in Proteine umgeschrieben. Und das sind wiederum genau die gleichen viralen Proteine, die wir zu Beginn gesehen haben. Die kopierte Virus-RNA wird dann gemeinsam mit den viralen Proteinen in eine Vakuole der Zellmembran gesteckt. Die Vakuole dockt ab und bereit steht, ein neues Viruspartikel, das bereit ist, die nächste Zelle oder den nächsten Menschen zu infizieren. Man weiß aus Experimenten, dass Zink die RDRP blockieren kann. Das wurde unter anderem in diesem Artikel beschrieben. Diese Autoren haben Zellen mit dem SARS-Erreger SARS-CoV-1 infiziert und Zink in ansteigender Dosis dazugegeben. Und hier sieht man, was passiert ist. Diese RNA1 ganz oben ist das Produkt der RDRP. Und man sieht ganz eindeutig, dass mit steigenden Zinkkonzentrationen die Produktion dieser RNA abnimmt. Das heißt, zum momentanen Zeitpunkt sollte man wahrscheinlich schauen, dass man keinen Zinkmangel hat. Ich sage wahrscheinlich, weil es hier natürlich noch keine randomisierten Studien dazu gibt. Das ist lediglich, was uns diese experimentellen Studien suggerieren. Also Zink mit Nahrungsergänzungsmitteln einzunehmen, macht derzeit sicherlich Sinn. Zu viel Zink ist sicherlich auch nicht gut und man soll sich daher unbedingt an die Anweisungen in den Packungsbeilagen dieser Produkte halten. Zink mit Nahrungsergänzungsmitteln Zink mit Nahrungsergänzungsmitteln